Norddeutscher Rundfunk 2021 Alle Zutaten des Deutschen breeders Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, wir begrüßen Sie auf das Allerintensivste zum 22. Gipfeltreffen. Und heute sind auch Menschen hier im Raum, die sich quasi als stellvertretende Weltöffentlichkeit bereit erklärt haben, hier von der Rechtmäßigkeit unserer Ziehung zu überzeugen. Wir beantworten die Fragen der Menschen draußen im Land, wie zum Beispiel jene erste. Der neue Bundestrainer steht schon fest und ganz Europa freut sich auf ein korruptionsarmes und pandemiebefreites Fußballfest. Am besten mit Deutschland als Gewinner. Wie kann eurer Meinung nach Jogi Löw Europameister werden? Indem er jedes Spiel gewinnt? Ja, nächste Frage. Ich meine, er ist Weltmeister, warum soll er jetzt noch Europameister werden? Es ist ja eher ein Rückschritt. Stimmt. Aber er wird es versuchen. Also ich denke, es wird so aussehen, erstes Spiel werden sie verlieren, dann heißt es Gurkentruppe. Also was soll das, zweites Spiel, unentschieden, dann heißt es, wird das dritte Spiel, das letzte Spiel mit Jogi Löw und das dritte Spiel wird gewonnen. Und dann heißt es, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Wir haben es immer gewusst. Weiter so. Also, ich weiß es nicht. Dann merkt man, du kennst dich aus mit der Materie. Du hast schon mal Fußball geguckt. Ich finde diese Anamnese richtig, denn man muss es ja nicht unnötig verkomplizieren, oder? Die brauchen hinten zwei Dreierketten, beziehungsweise drei Zweierketten, davor eine falsche Fünf und einen offensiven Sechser, der natürlich mit der Neuen korreliert, dann schön über die Flügel kommen, hinten dicht machen, gegenpressen und natürlich die taktrische Maschule umsetzen. Und im Endeffekt sagen alle Trainer, das Spiel wird im Kopf entschieden. Ja, und zwar 20 Minuten vorher. Ja, genau. Deshalb frage ich mich sowieso, wozu das ganze Tamtam auf dem Rasen? Da sollen die sich einfach in die Laube setzen, so 22, dann mal konzentrieren, dann kommt einer raus und sagt, 1 zu 0. Also Jogi Löw ist ja für mich so ein bisschen so wie Angela Merkel, aber als Frau. Also er ist ja ein weicher Typ, er, er macht, aber ich glaube, sie sind beide gleich lang an der Macht. Sie haben beide, ich weiß nicht, 15 Jahre, sie haben beide auch den Zeitpunkt verpasst, aufzuhören, finde ich. Beide hätten nach der WM sagen können, jetzt ist Schluss. Aber der Jogi macht Werbung für Pflegeprodukte. Angela, ich sage ja immer, unser Bundeskanzler Merkel, wofür könnte der Werbung machen? Für Wilkinson. Wenn Ihnen ein hartes Haar aus dem Leberfleck kommt, dann können Sie mit dem Wilkinson auch den Leberfleck mit wegflexen. Was ist Wilkinson, weißt du? Bitte was? Was ist Wilkinson? Wilkinson, das ist für das Beste im Mann. Ich dachte immer, das wäre die Leber tatsächlich, aber es ist, das sind diese Rasierer, die nicht einfach nur, wo du dir einfach so eine blanke Klinge übers Gesicht ziehst, sondern wo du hinten katalytisch einen Konverter dran hast, Ungriff, damit dir das Ding nicht aus der Hand rutscht und 17 verschiedene Lamellen. Die Klingen kannst du nicht wechseln, musst komplett wegschmeißen. Und dann wird das gesammelt in blauen Beuteln, nach Afrika geschickt, die rasieren sich damit nochmal stumpf, dann kommt es in den Müll. Das ist so, das sind, ja, so ein bisschen eine verquere Rasierkultur tatsächlich. Nicht, dass wir vom Thema ab sind jetzt, aber ich selber denke auch, ja, ich würde sagen, ja. Falls die Frage ein Ja zulässt, würde ich sagen, hm? Ja, und wenn es mit Deutschland nicht klappt, dann kann es ja auch noch mit einer anderen Mannschaft probieren, mit der bosnjogowisch-herzeginöwischen, also aus Herzegina-Bosn-Bosn-Bof-Bofist. Ich finde, das sollte Johannes Löw als Rüstzeug zum Erringen des Titels genügen, was wir ihm jetzt da mit an die Hand gegeben haben. Hallo, hier ist die Mail, Tim. Ich habe eigentlich seit 30 Jahren nur eine Frage. Was tut man gegen Winkfleisch? Winkfleisch, das ist, ach, das ist was, was die Frauen haben, oder? Oder auch, oder alle, wenn man so winkt, ne? Ich habe verstanden, Rindfleisch, Essen, hätte ich dann gesagt. Winkfleisch. Ne, das ist so, das macht dann so ein Geräusch, glaube ich. Also, wenn man winkt, dass das so flattert hier. Ich glaube, dass das... Ja. Aber ich würde sagen, man soll, muss einfach anders winken, dass man, dass man... Ja. Ich würde das Winken generell einstellen und immer nur so, ey! Weißt du, damit kannst du teigige Arme haben wie Hulle und kein Mensch merkt, Winkfleisch ist auch so ein Luxusproblem, oder? Also, ich persönlich mache das, indem ich mit, wirklich mit, mit außergewöhnlichen Hüten lenke ich von meiner fleischigen Statur ab und das funktioniert ausgezeichnet. Das stimmt. Aber ich glaube, kann man den Oberarm nicht einfach trainieren? Also nur einen jetzt natürlich. Ja. Ja. Der, mit dem man winkt. Ich finde, man sollte sich da auch nicht so weit... Es gibt auch diesen Witz, dass die Frau im Supermarkt fragt, äh, haben Sie auch Fettarme? Nein, nein. Sie will Milch kaufen? Nein, nein. Milchregal. Sie muss sagen, steht da Milchregal, haben Sie auch Fettarme. Genau. Soll ich nochmal? Ja. Naja. Aber ich denke, man kann sich das aus der Wade auch nach oben operieren und das Winkfleisch dann als Pultpork. Also das mal als Zupffleisch, weil es ist ja, es ist ja jahrelang gut geschüttelt worden. Ich denke, dass ich das als... Also das ist explizit hier am Zeps, am Bizeps, Trizeps. Da könnte man sich ja so Schwimmflügel drüber machen, unauffällig. Ach, das wäre deine Taktik, quasi ablenken, wie du mit dem Hut, wenn man jetzt so vielleicht mit einem kecken Ornament drauf, so einen Schwimmflügel, könnte ich vorstellen, dass es dann dadurch auch Halt und Haftung bekommt. Ja. Man könnte sich so eine große Uhr von Dali tätowieren lassen, die hängt da eh runter. Gute Idee. Dann wäre es wieder Kunst. Stimmt. Das würde künstlich wirken, das stimmt. Ja. Wie flu es ist. Ich brauche jetzt wirklich eine Antwort auf meine Frage, über die ich mir den Kopf zerbreche. Wo ich so viel nachdenke und einfach nicht weiterkomme, wo ich ratlos bin. Aber ihr drei, ihr werdet jetzt sagen können und mir erklären können, was hat bitte Hedonismus mit Romantik zu tun. Puh. Kurz darüber reden, was Hedonismus ist? Ja klar, gerne. Macht doch. Hedonismus ist eine philosophische antike Lehre, die besagt, dass die Befriedigung aller Sinneswünsche und aller Wollüste und aller Befriedigungswünsche, die man hat und alles Genuss ist, das wäre die Verwirklichung des eigenen Seins, also der ungezügelte Genuss, der Hedonismus, das wäre der Sinn deiner Existenz. Das sagt der Hedonismus aus. Das wenn die vier Ficken fressen, Fernsehen fetzt. Ja, also tatsächlich in der Antike war Fernsehen wohl nicht dabei, aber im Prinzip stimmt das. Definieren wir nochmal Romantik? Tja, also wenn ich jetzt, ich war ja früher oft weg abends und wenn ich dann aus der Disco kam mit einem Mädchen, dann hatte ich oft große Lust auf den Döner, sag ich mal. Und dann bin ich mit ihr zum Dönermann gegangen und hab da reingebissen, hab meinen Kopf in den Döner gefresst und das hatte viel mit Hedonismus zu tun, mit Lust, aber nicht mit Romantik. Die kam dann später, wenn ich das Mädchen bei der Mutter abgegeben habe. Oh Gott. Es hätte ja genügend, wenn du sie abbeißen lässt. Ja. Nein, es glaube ich, es widerspricht sich durchaus. Also Hedonismus ist glaube ich das Lustprinzip, auch ein Leben ohne Schmerz, wo ich mich aber auch frage, Schmerz kann ja auch Lust bereiten. Also Kerzenwachs. Ich sehe es, ich sehe es den Leuten in den Gesichtern an und das ist. Also mein Vater hat mich früh mit Romantik in Verbindung gebracht, äh nee, Entschuldigung, mit Hedonismus. Das verwechsel ich immer. Nein, mein Vater hat also viel, er hat oft, wenn er mich gesehen hat, auf der Straße gerufen, Hedonismus, Hedonismus. Ich habe erst später gemerkt, dass er eigentlich gerufen hat, Hedonichts nutz. Hedonismus, 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 Hedonismus. Ja, witzig. Ja, witzig. Hedonismus, 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 Hedonismus. Sehr gut. Ja, ich weiß, ich fürchte aber, dass jetzt auch so ein bisschen der Schalk aus dir spricht. Ne. Wenn du es tatsächlich so erlebt hast, dann... Ja, deswegen. Es ist nicht schön, wenn man dann lacht. Das ist ein Tiefsitzender... Ja. Dass Mütter eines Tages sagen werden, wenn dir ein Mann begegnet, der in den Döner beißt, dann ist er böse meist. Warum sind die Grünen eigentlich so erfolgreich? Und was bedeutet der Name Baerbock? Kann mir da einer eine Antwort aufgeben? Es heißt eigentlich, glaube ich, Baerbock. Also tatsächlich ist es so, dass tagsüber ein ganz normaler Typ... Bei Vollmond aber. Stell dir das mal vor, sie ist so... Dann kommt da unten so ein Zack! Und dann schießt du mit so Hörnern plötzlich bei Karstadt und dann... Hufe! Hufe! Wo ist Klee? Und dann galoppierst du die Rolltreiber runter und stirbst. Es ist... Warum die... Ich meine, die Grünen ist doch vollkommen okay. Ein paar Ziele von denen sind zwar ein bisschen illusorisch, wie Tempo 30 auf der Autobahn und... Aber... Andererseits, weiss nicht, wen willst du denn sonst wählen? Was mich an den Grünen stört, das sind so welche, die machen, die wollen alles richtig machen. Und alles richtig machen zu wollen, finde ich, ist eigentlich der größte Fehler. Ja. Wir kennen nun auch die andere Seite, alles falsch machen, finde ich auch nicht so richtig erotisch. Naja, aber das hat schon Sophocles gesagt, oder ich glaube, war es Sophocles oder Sophocles, einer von beiden. Nur aus Fehlern lernt man nun. Ich habe das meiste, was ich gelernt habe, habe ich aus Fehlern gelernt. Und wenn man es mir untersagt, mich fehlerhaft zu betätigen, fühle ich mich eingeschränkt. Naja, ich finde Grün generell gut. Ich bin ein großer Wiesenfreund und ich finde es generell auch okay, wenn Luft zum Wegatmen da ist. Ja. Davon abgesehen ist das Programm ein klein bisschen abgehoben. Ich hätte auch gerne, ich hätte gerne leere Innenstädte, ich hätte gerne Innenstädte, in der mehr Fahrräder fahren. Weil ich das, wenn ich mit dem Auto durchkachel, nicht so merke. Du kommst ja kaum noch durch. Und natürlich aber Inlandsflüge verbieten zum Beispiel, das machen die Grünen. Das macht so in dem Sinne keine andere Partei. Ich kann nicht mehr von Köln nach Dortmund fliegen? Ich bin neulich geflogen von, ich bin von Köln nach Düsseldorf geflogen und ich habe danach aber gemerkt, das nächste Mal nimmst du ein Taxi. Das geht viel schneller. Aber verbieten ist das eine. Ich meine, es geht auch um intelligente Lösungen, um intelligente Alternativen. Ja, um Bio-Kerosin. Bio-Kerosin, richtig. Natürlich sparen, sparen, sparen. Aber ich sag mal sowas wie zum Beispiel, ja, die Alternative zum Kurzstreckenflug ist der Langstreckenflug. Mit Zwischenhalt. Also dann den Nahverkehr quasi globalisieren. Das wäre richtig toll. Wenn ich von Dortmund nach Stuttgart muss über Paris, Dakar, Mumbai, zwei Übernachtungen in London für 4.000 Euro und dann direkt nach Stuttgart. Eine Woche unterwegs. Das stimmt. Und da kommen welche, man lernt Menschen kennen, das ist wie so ein Hostel on Air. Ja, so, wenn es für wenige Hostels, wo eine Cola 9 Euro kostet, freue ich mich drauf. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ein großer Freund der Fluglinien, weil ich nicht weiß, wie die es schaffen, bei 10.000 Meter Höhe ein Bier warm zu halten, das muss unfassbar schwierig sein. Das ist, ich freue mich schon wieder drauf, wenn ich mal wieder fliegen kann, weil ich da große Angst vor habe. Ja, leidest du unter Flugangst? Die anderen leiden unter meiner Flugangst, weil ich selber habe mich gut im Griff, ich schreie halt die ganze Zeit, wir werden alle sterben, wir werden alle sterben. Da fühlen sich viele beim Film gestört. Ja. Ja. Es hat bis jetzt noch nicht gestimmt, so viel kann ich schon mal spoilern, aber ich habe Flugangst, ja, das kann ja nicht funktionieren. Bullshit. Guck dir das an, fahrt zum normalen Flughafen, guck dir an, wie so ein monströser Eimer mit so kurzen Flügeln in so einem Winkel, und jetzt bitte nicht aus dem Zusammenhang gerissene Bilder von meiner Hand senden, in den Himmel. Spleistet. Spleistet. Und noch in der Schräge gehen die ersten Kacken, die anderen kriegen Brötchen, das kann nicht funktionieren. Irgendwer hat sich da verstiegen, als die Luftfahrt losging, irgendwann in den 60ern. Die Kommerzieher hat gesagt, nee, das muss gehen. Und dann landet irgend so ein Fraggle. Dem ziehen wir einen Kurzarmhemd drauf, der kriegt eine Menge Orden und Pailletten wie Michael Jackson, und dann landet der Teil wieder, Hauptsache verspiegelte Sonnenbrille. Das kann nicht gehen. Irgendwann wird ein Pilot sagen, das kann nicht gehen, und dann stürzen die ab, das ist so. Das ist eine Glaubensfrage. Du meinst, das ist wie bei des Kaisers nackte Kleider, oder wie das heißt? Des Kaisers nackte Kleider, genau, wer kennt sie nicht? Irgendwann steht einer auf und sagt, das Flugzeug kann gar nicht fliegen. Das, was der Schneider von Ulm ja schon... Genau. Nein, der Bischof des Schneiders war es ja. Der Schneider hat es ja probiert. Er hub an zum, er anhub zum Abhub, und er verfiel. Und dann kam ja der Bischof und hat gesagt, es wird nie ein Mensch fliegen. Aber es kam anders. Du drehst das Rad der Geschichte zurück. Ja, das wäre noch was. Das wäre noch was. Vielleicht gibt es ja schon bald das Elektroflugzeug. Emissionsfrei, ohne Schadstoffe. Ohne Schadstoffe. Das wäre richtig gut. Das wäre toll. Das wäre richtig gut. Es gibt auch schon Elektroflugzeuge, aber die sind natürlich eben noch nicht so richtig sicher. Mit den Akkus, stell dir vor, das fliegt oben rum, Akku alle, dann kommen die nicht mehr runter. Genau. Und dann wollen aber alle gleichzeitig während des Flugs ihr Handy laden und dann stürzt das Ding ab überm Atlantik. Das ganze Fluss geht in so einen Stromsparmodus bei 20 Prozent. Dann kannst du keine Funksprüche mehr absetzen und alle laufen, kreischen durch die Kabine, das Licht geht aus, der Film wird langsam. Gut. Also ich denke, wir haben diese Frage ausreichend beantwortet. Baerbock, Baerbock, man könnte es gendern, die Baerböckin, die Bärinböckin, was weiß ich. Wir wünschen Frau Baerbock alles Gute, den Rest entscheidet. Der Wähler. Der Wähler. Also im Prinzip wir auch wieder. Das stimmt. Ihr habt euch ja schon entschieden. Ich bin ja so gespannt. Hallo, hier ist Marco Schreil und ich habe eine Frage, die neulich bei uns am Tisch aufgekommen ist, wo wir mit Freundinnen und Freunden saßen. Schwangere dabei und die Frage, wie lange wirst du dein Kind eigentlich stillen? Die Frage, die sich dort am Tisch gestellt hat, gebe ich gerne an euch weiter. Wie lange sollte man Kinder eigentlich stillen? Bis sie satt sind. Das würde ich sagen. Ja, stimmt. Ich habe die ersten fünf Wochen meines Lebens, war ich im Inkubator. Ich habe fünf Wochen keine Brust gesehen, aber... Ich auch, ohne Inkubator. Naja, aber wir haben das später nachgeholt. Also als mein Bruder dann da war, da hat meine Mutter gesagt, komm, ich habe zwei... Klar, wir waren zehn Jahre auseinander. Das ist dann ein bisschen unangenehm, aber es geht noch. Und wenn man dann sagt, das ist pervers, nee. Wir nehmen der Mutterkuh, nehmen wir das Kälbchen weg und machen daraus Wiener Schnitzel und trinken dann von der Mutterkuh die Milch. Das ist pervers. Ja, es hat ja niemand meiner Mutter den Bruder weg, also meinen Bruder weggenommen. Gut, dass der Vorwurf ausgeräumt wurde. Das bin ich froh drüber, dass da... Aber solange es geht, solange es läuft... Ich finde, dass die richtige Einstellung, denn es ist ja ein sozialer Akt. Es hat ja etwas Soziales. Es geht ja um Verbindung Mutter-Kind und je länger man stillt. Also wenn die Mutter angenommen bis 85 stillt, dann bekommt sie auch im hohen Alter sozusagen immer noch Besuch von ihren Kindern. Und davon träumen viele ältere Menschen. Na klar. Ich meine, bei uns war es so, meine Mutter stand oft am Schulhof in den Pausen und... Ist dann auch komisch, wenn dann die Frau den Mantel öffnet und... Ja. Aber das geht. Und wenn das Kind dann in die andere Stadt will, darum kann man ja abpumpen. Ja. Diese Abpumpmaschinen sind ja wunderbar. Mit einer Hand drückt man und hält man. Das hat meine Frau aufgemacht. Morgens vor der ersten Zigarette hat sie gepumpt. Und ich stand daneben und habe gedacht, geiles Geräusch. Wie beim Camping. Wie der Blaseberg. Ja. Das Stillen wird sich ja auch noch entwickeln. Also meine Mutter zum Beispiel war sehr progressiv. Die hat mich direkt mit Trockenmilch gestillt. Mit Trocken... Ja. Sie hatte so ein anatomisches Update und da macht das wirklich so... Da kam Pulver raus. Ja. Trockenmilch, Pulver. Haben damals alle gesagt, Mann. Das ist ja... Und das hat es ja mittlerweile durchgesetzt. Mittlerweile gibt es die Trockenmilch ja sogar im Einzelhandel schon. Warum heißt das eigentlich Stillen? Weil es ist ja oft das Gegenteil. Wieso heißt das Stillen? Weil es danach still ist. Oder was? Stillen? Meinst du wirklich? Das heißt Stillen? Das Kind schreit für mich, die stillt und ist ruhig. Das ist eine sehr gewagte These, aber... Ich würde sagen ja, aber weil Johann es sagt, kann es nicht stimmen. Weiß nicht. Von daher ist das... Wahrscheinlich ist das eine Frage, die wir als Männer gar nicht beantworten können. Da ist was dran. Ja. Das müssen die unter Sicherheit machen. Die Betroffenen. Ja. Es gibt Kaffees mit Muttermilch-Cappuccino tatsächlich oder Muttermilch-Eis. Ja. Grieche. Gänsehaut hoch 1000. Ach. Ja. Komm, mach Schluss jetzt. Ja. Es gibt eine Konditorei für Nachgeburten. Immer weg vom Körper. Meine Güte. Oh. So. Was will man sonst noch von uns wissen heute? Relevantes? Es gibt so eine Sache, auf die ich mich wahnsinnig freue, wenn es dann endlich mal wieder losgeht. Flohmarkt. Oh, ich lieb es, auf dem Flohmarkt Sachen zu verkaufen. Ich lieb es, auf dem Flohmarkt Sachen zu kaufen. Das ist für mich das am liebsten ausgegebene und verdiente Geld. Kein Witz. Aber was sollte man auf dem Flohmarkt niemals kaufen? Ja, Dinge, die man schon hat oder die man nicht braucht oder die zu teuer sind. Würde ich sagen. Dekoartikel, was die Leute sich manchmal denken. Oder? Die gehen in ihren Keller, haben so eine richtig beschissene Vase, wo du wirklich sagst, das ist wie Schizophrenie, nur als Dekorationsobjekt. So richtig mit, mit so richtig Scheiße gemacht, mit so einer Art Batik und Pulver gestreut, gebrannte Wichse. Und die stellen ja hin und schall zwei Euro dran. VB, also Festpreis. Wie kannst du es wagen, diese Scheiße überhaupt ans Licht eröffnen? Schmeiß weg den Dreck. Weißt du, mit was für Leuten willst du zusammenkommen, die sagen, das ist immer eine schöne Vase. Da willst du sofort, da willst du einen Sack drüber werfen, verstehst du? Und die verscharren einfach, weil es so grauenhafte Dinge gibt. Oder auch, ich habe eine Wagenradlampe. Weißt du, da ist ein Wagenrad, da sind aber jetzt so Kerzi, hänge ich mir in die Bude, damit alle denken, hier ist der Saloon. Weißt du so, da ist der Fliesentisch. Und da wollen sie dann 200 Euro für haben, die haben doch eine Störung. Komplett, diese ganze Scheiße. Alles, was im Lampenschirmbereich stattfindet. Ich liebe Flohmärkte, wirklich. Das Tollste, was ich gesehen habe, war so ein Wasserhahn und er schwob in der Luft, weil da war gar kein Wasserhahn, aber das Rohr fehlte. Auf dem Flohmarkt gesehen habe ich meine Eltern, ich habe mich schreiend an sie geklammert, gekettet und rief, erwirb, erwirb, Mutter. Erwirb, Mutter. Aber sie meinte, das wäre Unfug und es würde gar nicht gehen. Und man durfte es auch nicht anfassen. Toll, sowas, finde ich, fehlt heute. Ich habe mal einen Tisch gesehen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war so ein Typ, der hatte den ganzen Tisch voller Pierrot-Puppen. Also diese, weißt du, diese bemalten Clowns mit den spitzen Hüten. Und da habe ich 20 Minuten vor dem Tisch gestanden und da waren alle, nur diese Pierrot-Puppen drauf. Und dann hat der Typ gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und ich habe ihn echt gefragt, ob er ein paar auf die Fresse will, weil ich mich frage, was ist mit dir, dass du sagst, pass auf, wir fahren diesen Samstag komplett die Pierrot-Schiene. Wir bedienen nichts anderes. Monothematisch. Wer ein Pierrot will, kriegt ein Pierrot. Alle anderen, Bratwurst, Shampoo, sind komplett raus. Wir fahren monothematisch Pierrot. Wir werden Weltmarktführer auf diesem Flohmarkt zum Thema Pierrot. In Ihren beschissenen weißen Satin-Bluderhosen habe ich 4.000 Pierrots. Ich versteige mich, nicht wahr? Aber es ist einfach, mit welchem, wo sagst du, mach den LKW voller Pierrots. Wir fahren einen Hückelswagen, heute gilt's, wir lassen's krachen. Da kommt kein Pierrot, kommt mit nach Hause. Ich sage dir, kein Pierrot. Wir werden jeden Pierrot zurücklassen. Und wenn es für 50 Pfennig ist, ich kann nicht anders, als mich da reinzusteigern. Du musst dir überlegen. Du musst dir auch angekauft haben, dass man sagt, hören Sie, führen Sie Pierrot. Ich bräuchte 2 Hektar Pierrot. Können Sie mir da, können Sie die liefern? Sonst ziehen Sie zusammen, bilden Sie Synergien. Samstag ist Flohmarkt, ich brauche zwingend. Ist gut, jetzt macht bitte weiter. Scheißdreck, echt, ey. Das heißt, als Fazit, hast du schon was auf dem Flohmarkt gekauft? Ich habe einmal mit meiner Frau einen Stand gehabt und das war aber langweilig. Dann bin ich irgendwann rumgelaufen und habe bei den anderen geguckt. Und dann bin ich wieder zum Stand, zu unserem Stand und habe für viel Geld die Sachen gekauft. Der Vorteil ist, man hat am Ende viel in der Kasse und kann die Sachen noch selber behalten. Ja, einfach so als Anregung. Ich denke, es ist Zeit für die nächste Frage. Ich bin der Sigi und meine Frage, also wenn ich Alkohol trinke, dann bin ich ja irgendwann voll. Und wenn ich mich dann übergeben muss, bin ich dann leer oder voll oder voller oder am vollsten. Das ist mal die Frage, glorifizieren wir gerade Alkoholmissbrauch? Bin ich wieder politisch zu korrekt? Ja, das ist ja umgangssprachlich so, dass man gerne damit kokettiert, wie viel man doch verträgt. Ja, hier, ich bin voll, aber hier, oder der ist voll, aber ich bin voller und am vollsten. Das ist genau das. Das ist Wettrüsten. Und dann zum Schluss ist einer der richtig besoffene. Also der besoffenste Typ, den du dir vorstellen kannst. Und der steht dann da wankend, alles vollgebrochen. Das ist so dieses deutsche Tai Chi, ne? Wenn die so... Die lehnen sich nach... Ja. Aber irgendwann sind sie am Moment der Klarheit in ihrem Suff. Nehmen das Telefon und sagen, Pierros, ich brauch Pierros. Das sind diese Typen. Ist genau Bescheid. So könnte es sein. Man muss aber auch sagen, dass wir diese Menschen sprachlich alleine lassen. Denn es fehlt ja auch die passende Vokabel. Wenn man keinen Appetit mehr hat, dann sagt man einfach, ich bin satt. Im Falle des Durstes fehlt das Antonym. Also es gibt... Ich plädiere ja seit Jahren für Zlötsch. Ich bin wirklich, ich bin jetzt absolut Zlötsch. Zlötsch ist schön. Ich stelle mir vor, dass es phonetisch schwierig wird. Wieso? Weil die Leute meistens besoffen sind, wenn sie das sagen. Deswegen würde ich da... Ich würde einfach nur so ein Geräusch machen. Ja. Die Frage, die mich nachts nicht mehr schlafen lässt, ist, warum ist eigentlich die Zigarette danach berühmter als die Zigarette davor? Ich rauche nicht. Ich habe noch nie vorher geraucht, nachher... Ich würde währenddessen rauchen. Ja. Nee, aber das müsst ihr sagen. Ich meine, danach... Ich kenne das von Sportlern, die sagen, danach sind die Lungen so... so schön aufgebläht. Das ist total geil, dass wenn man die danach richtig zuteert. Aufnahmebereit. Ja. Aber ihr seid doch beides raucht. Ich denke... Der Nikotinabland... Ja, aber davor und danach geht nicht, weil es dann wieder heiß ist. Du hast zwei Minuten erst geraucht. Und deswegen würde ich... Ich habe oft der Dame danach eine Zigarette gegeben, ja, und dann ein Feuerzeug geholt und dann einen Furz angezündet. Damit es für sie angenehmer ist. Ja. Kennt das so, dass man sagt, ich gehe Zigaretten holen. Mhm. Damit es keinen danach gibt. So. Aber was mich irritiert, dass ihr das ja ausschließlich auf die Zeitspanne des vollstreckten Coitus reduziert. Also ihr meint den Moment der Samenabgabe, dass dann quasi dieser Akt prämiert wird mit der Zigarette. Aber es gibt ja auch... Belohnung. Ja, es gibt aber auch völlig andere Möglichkeiten, um die Zigarette danach zu rauchen. Also ich stelle mir das so vor... Nach dem Vorspiel. Nein, man muss doch mal weg davon. Also es gibt tausend Situationen danach... Bitte. Du hast... Ich weiß es nicht, aber... Ja, nach was denn? Du hast jetzt was Besonderes erlebt, eine Herztransplantation. So. Und da gibt es doch nichts Schöneres als nach dem Aufwachen erstmal gemütlich mit dem Doktor eine... Wo dir jemand so eine Kippe jetzt sofort zwischen die Lippen steckt und sagt, hier, zieh auf Lunge, Kollege. Ja. Das stimmt. Ich finde, ihr seid sehr koital fixiert. Ja. Ja. Ich dachte, mein Nikotin wäre ein junger Mann, der einfach Niko heißt. Ich habe das lange falsch gelesen, aber es ist... Der Nikotin-Ager. Der Nikotin-Ager, genau. Der Nikotin-Ager. Der Nikotin-Best-Ager. Das... Das führt zu nichts. Ich denke, wir hatten nie ein schöneres Schlusswort als heute beim Gipfeltreffen. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns bei den Menschen hier im Raum und würden uns freuen, Sie demnächst wieder begrüßen zu können. Ja. Danke. Ja. 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 Ja.